Jo Leute und damit Willkommen zurück zur Spark Challenge. Immer noch mit dem Flash Shooter, den Eierkopf von dieser Welt und ich muss ganz schnell los, ganz schnell hinweifeln, bevor meine Sachen die spawnen, obwohl sie sind ja noch nicht wirklich in diesem Chunk. Ich bin ja recht weit gelaufen, so ist das ja nicht. Ja, dennoch, aber hoffentlich kriegst du deine Sachen nicht. Hoffentlich krieg ich sie. Hoffentlich kriegst du sie nicht. Doch. Nein, ich möchte es einfach nicht, dass du es kriegst. Nicht, aber ich weiß zum Glück auch noch, ich weiß zum Glück auch noch, wo das war. Schade. Weißt du? Mann, ihr blöden Fledermäuse, ey! Wieso brennen die Zombie-Görn nicht? Weiß ich nicht, weil ich glaube, die brennen mittlerweile nicht mehr. Ich weiß, Zombie-Görn. Zombie-Görn? Ja, die kleinen Zombies. Achso, die brennen sowieso nicht. Die sind irgendwie vom Mund dagegen. Da unten ist Lava. Da unten ist Lava, da will ich eigentlich nicht runter. Ich habe nämlich kaum Essen noch dabei. Egal, Geronimo. Jetzt habe ich nur noch drei Herzen. Geronimo! Geronimo! Lapis Lazuli, yay! Braucht kein Mensch. Für Diamanten. Ne, brauchen wir jetzt auch gar nicht. Ich brauche vier, fünf Diamanten, sechs Diamanten. Aber ich brauche für jedes Werkzeug, ne? Mhm. Aber Fledermäuse geht eh mehr auf den Sack. Ja, aber ich würde mir erstmal für eine Spitzhacke und für den Enchantment-Table sparen. Ja, klar. Und ich auch, aber... Aber hast ja eh noch keine gewonnen, also. Ne, noch nicht. Ich bin schon so, aber ich glaube, auf der Höhe bin ich, oder? Ne, ach, ich bin noch zu hoch, 24. Ja, ich habe mich jetzt mal runtergegraben und dann habe ich Strip-Mining gemacht. Wollte gerade sein, das werde ich dann wohl auch tun. Aber ich habe immer gemacht, dass ich zwei Reihen nebeneinander stehen gelassen habe. Ja, das muss auch. Ach, jetzt schnell nach oben, oder warte mal, da war noch YOLT, YOLT. Der Kuh, sterb, sterb, sterb. YOLT ist da noch. Ich habe noch nicht mein Schwert dabei. Natürlich auch blöd, ne? Das muss man ruhig machen müssen. Bin ohne losgelaufen. 51 Eisen. Ja, da kriege ich eine Rüstung auf jeden Fall raus. Ach, so schlimm wird das mit den Rüsten nicht. Was? Ich habe da noch welche stehen gelassen. Ach so. So, jetzt muss ich mich ganz schnell nach oben beeilen, weil Essen habe ich auch nicht mehr. Zack, zack, zack. Eine Waffe machen. Zack, zack. Schon wieder ein Archivement dafür bekommen. Toll. Ja, irgendwie speichert das bei dir nicht, ne? Nö. Bei mir hat er es gespeichert. Das ist komisch. Naja, wundern mich manchmal auch, dass das nicht... Eigentlich sollte es ja ein Server dafür sein. Ja, das ist ja neu eigentlich. Nochmal YOLT, nochmal YOLT. Komm schon. Dankeschön. Verreckt du Kuh. Verreckt du mal wieder. Nö, keine Lust. Weil ich habe keine Lust zu verrecken. Oh, Lava. Da habe ich gerade schon Bekanntschaft mitgemacht. Boah, was ist denn auch Cola-Eisen? Ach, scheiße. Ich habe meine Diaspitzhacke dabei gehabt. Haha, hoffentlich geht es weg. Du hast ja noch ein paar Minuten, ne? Ja, ich bin da noch nicht da gewesen. Au. Au. Noch kein Stück in der Nähe. Au. Komm schon. Cola abbauen, Cola abbauen, Cola abbauen. Ich brauche ganz schnell Essen noch. Und mein Weizen ist auch noch nicht fertig oben. Dass ich wenigstens Tiere anlocken kann. Das ist auch hilfreich, ey. Warum sind die Kürbisse? Hast du das schon wieder, oder was? Löcher. Schade. Also, ich, ne, ich meine, die Kürbisse, die hier noch so rumstehen. Ey, das ist unfair. Ich hatte nur einen gefunden. Insgesamt, ja, hier sind noch viel mehr. Also, ich lasse die Restlichen auch stehen. So, die Kürbisse haben habe ich wieder. Kannst du mir nicht so einen übertragen? Ne. Im Sinne? Ich auch gar nicht, ehrlich. Hallo? Ich bin gemein, ne? Ja, bist du auch. Ich bin so traurig. Genau, jedoch. Oh, das ist fertig. Das ist anscheinend fertig. Jawohl. Yay. Ein Weizen, damit komme ich nicht weit. Hm, hm. Essen, 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 essen. Toi, jetzt springe ich auch noch runter, bin ich tof. Ja, bist du. Alles deine Schuld, echt. Hätte ich bloß ohne ihn aufgenommen. Hallo? Er lenkt nur ab. Du wolltest mit mir aufnehmen. Du so, komm, hast du nicht Lust? Ja, bist du nicht? Ich dachte, ich bin so ein sozialer Mensch und mach das mal. Und jetzt wirst du noch beleidigen, hallo? Klar. Ne, mit mehr Leuten bringt es auch mehr Spaß. Eins, zwei, eins, zwei. Jetzt erst mal zehn Öfen hier machen. Ruhe. Oh, oh. Oh, oh. Weißt du, was ich machen muss? Ich muss voll in der Aufnahme niesen. Mach das. Ich unterdrück das gerade voll. Oh, ist das nervig. Eins, zwei hier. Ich glaub, ich bin auch richtig. Hoffentlich nicht. So. Autsch. Lass mir alles durchbrennen hier. Zehn Öfen und alles durchbrennen. Oh, da ist es weggegangen. Zehn Öfen. What the fuck? Hallo? Ein Stack Eisen. Hallo, ich will nicht so lange daran sitzen. Wieso hast du schon so viel Eisen? Ein Stack und 28 Gold. Das heißt, ich muss nur noch einen Apfel finden. Habe ich nicht, weil ich habe so viel gefunden. Aber ich habe kaum Essen. Das heißt, ich muss jetzt versuchen, mit Holz, mit irgendwas herzuzimmern. Habe ich denn noch Holz? Oh, Holz habe ich noch ein bisschen verdammt. Was ist denn die Wüste? Weiß ich nicht. Bin ich echt zu weit gerannt? Ja, aber schlimm. Schlimm dich. Ah, komm schon hier. Ne, die reichen 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Ne, ich mache gerade hier ein paar Zäune. Mhm. Jetzt bin ich ein paar nervige Tiere einschwenken. Eine Zauntür. Ach komm. Jetzt machen wir alles fertig. Mhm. 6 Minuten schon. Fast 7. Naja, ich habe gerade nicht drauf geguckt. Druck geguckt. 6,50. Und das erste Eisen ist schon fertig. Nice. Da sind die Schafe. Ach ja, Schafe muss ich auch finden. Boah, das wird nervig. Autsch. Was denn die verfickte Wüste jetzt? Na. Was denn? Ffff. Ffff. Sagen. Ich habe gesagt, die liebe Wüste. Mhm. Mhm. So, warte mal. Schweine, ach nee, Schweine waren keine Rotten, ne? Genau. Ja. Und ich muss Kühe immer eben anloggen. Anlügen. Anlügen. Hallo, Kuh. Ach, du hängst ja unter dem Baum fest. Okay, wir holen deine... So, hier ist die Wüste. Ich hol deine Freundin da hinten ab. Komm mal her. Put, 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 put. Kommt mal her, kommt mal her. Oh, ich habe keine Ahnung, wo ich hier verreckt bin. Komm mit, komm mit. Warte mal. Ach nee, den Rest töt ich gleich alles an Kühe. Du siehst, das sieht ja auch wie zu sehr gleich aus. Mhm. Keine Ahnung, wo ich da verreckt bin. Götten. Achso, ich wollte noch was ändern hier. Die Breitnis, Grafikeinstellung, Helligkeit. Achso, ist schon fast... Okay, okay. Oh, ich kann nicht mal sprinten. Sichtig, doch. Ich hatte zwölf Chunks, dann machen wir mal 13. Machen wir mal einen mehr. Ich habe auch 16. Ach nee, so viel brauche ich nicht. Hallo, Kühe. Kommt ihr mal mit. Hättet ihr blöd? Hallo. Sie sind genauso blöd wie du. Hallo. 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 Jetzt noch, endlich, ey. Ich habe mal kapiert, mein Eis ist durchgebrannt. Bei zehn Öfen geht da so eine Fixe. Mhm. So, kommt man ja mit hier rein. Da. Meine XP liegen da noch rum. Meine Sachen. Sind weg? Nein, hab sie. Verdammt, da Mist. Hallo, Kuh. Kommst du her? Oh, hab ich ein Schwein gehabt. Hallo. Mein, was sind das für dumme Kühe, ey. Ich habe sogar noch was zu essen. Juhu. Hallo. Kommt mal hier rein. Nummer eins. Jetzt gehen wir weg. Nimm deinen fetten Kuharsch hier weg. So, ihr bleibt jetzt da drinne und Ruhe ist. Ein Puff hier. Boah, hab ich ein Schwein gehabt. So, erstmal gleich eine Rüstung snacken hier. Mann, 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 Mann. So. Sieben Level. War zufrieden. Was denn? Eine Rüste festung. Nein. Ey, das ist doch nicht wahr. Du Cheater. Egal. Ich muss mir erstmal eine Uhr machen, weil ich sowieso nichts finde und einen Kompass. Oh, Holz habe ich dabei. Wolle gibt es da auch schön. Das ist nicht wahr. Dann haue ich hier einfach mein Ding in. Ich weiß ja, wo mein Start, wo ich angefangen habe. Also, dann passt das ja. Ah, das ist doch nicht wahr. Also erstmal ein Eisenrüstungszimmer. Komm her, Wolle. Dann bauen wir gleich noch ein Bett. Eine Spitzhacke. Keine Monster, keine Monster. Das ist schon mal gettektet. So. Workbench hinstellen. Zack. So, den Kompass, den tue ich mal hier in die Uhrzeit. Lasse ich mal. Dann bauen wir uns mal noch ein Bett. Oh, Weizen. Fertig geworden. Jetzt kann ich schon mal einmal Küchen machen. Einmal kleine Mini-Kühe. So. Hallo. Hallo. Komm, ich will schlafen. Macht mein Liebe, ihr Kühe. Dankeschön. So. Welche Folge soll es das jetzt eigentlich? Meine ist, glaube ich, die fünfte. Deine müsste die neunte sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Folgen haben wir jetzt schon. Ja, fünf Folgen gemacht, habe ich doch gesagt. Das ist meine fünfte. Ja, meine zehnte ist das jetzt. Nehm, doch meine neunte, ja. Er hat eine neunte, du hast ja glaube ich mit vier angefangen oder so. So, schlafen habe ich. Ach, das ist nicht wahr, ey. Du hast so ein Glück gehabt, ne? Ähm, wo haben wir das denn? Wo haben wir das? Das ist neun, Folge fünf, äh, Folge neun. Zack. So, und jetzt heißt das hier runter. Das ist nicht wahr, der hat da so ein Glück gehabt, ey. Ich muss jetzt einkriegen und atmen. Weil das müde ist, wenn da... Ach, guck mal, hier ist Kohle. Ich kann's sogar verkennen jetzt in Braun. Achso, hast du keinen mit, oder was? Nö. Ich bin aber ohne irgendwas losgelaufen. Aber wirklich ohne irgendwas. Das hat natürlich auch was. Ach, Mann. Ich will doch hier Bambusrohren noch weiter anpflanzen. Nö. Dann habe ich auch 10 Tee jetzt, ne? Ach, das ist auch was, oder was? Nein. Also, Eisen, Gold, Gold, Knochen. Ah, ist ja nix. Gold, 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 ein Emerald. Oh, toll, kannst schon eintauschen. Ich hab vier Emeralds. No, meine Güte, ey. Cheater. Cheat ist doch eindeutig hier. Aber da steht ja, er tausche mindestens ein Emerald mit einem Villager. Naja. Also musst du noch ein Dorf finden. Finden. Also, musst du auch von mir kriegen, oder wie? Ja, tausche... Warte mal, lies nochmal vor, genau. Er tausche mindestens ein Emerald mit einem Villager. Ja, also musst du mit einem Villager tauschen. Ja, dass ich einen Emerald kriege. Ja. Und dann zurücktauschen, glaube ich, aber auch irgendwie. Aber ist ja egal. So, ich geh mal in diese Richtung. Ich tue erstmal ein paar Fackeln verbraten hier. Die Welt da oben sind auch nochmal Kürbisse. So, jetzt war ja noch Kohle hier. Weil sonst finde ich nicht nach Hause. Da habe ich eine Fessung gefunden. Boah, schön große Berge hier. Ja, das sagst du nachts auch immer, ne? Eine schöne große Berge hast du da. Mhm. Höchstags jeden Tag, ne? Ja. Zu dir in den Spiegel, meine ich jetzt. Ja, klar. Boah, sind das große Berge? Nein, Keeper, du bleibst... Du gehst selber down. Du bringst mich nicht um. Habe ich Essen mit? Ja, doch, ein Fleisch habe ich noch. Ach ja. Aber ich muss mir eine Orientierung hier schaffen. Äh, ja. Guck mal auf den Timer. Äh. Ich habe noch 13 Minuten. 13,5 Minuten. Habe ich erst. Ich weiß ja nicht, wie viel du hast. Ja, ne, ich meine nur, guck mal auf den Timer. Ja, ja. Deswegen. So, das meinst du? Ja. Ja. Nütken haben wir noch. Aber heftig, ne? Ja, klar. Nein. Ne Witch. Du... Aha. Aber als Zombie. Aha. Egal, der hat Glowstone gedroppt. Hihihihi. Mhm. Komm schon, komm schon. Skelet ist down. So, und die Spinne. Down geschoben. Was hat sie denn gedroppt? Nur Glowstone. Oh, wow. Dann habe ich das schon mal für Rezept und 50 Minuten... Ach, 50 Sekunden verlangen sie rum. Oh, nein. Das Schilde kann ich mir einen goldenen Akku bauen. Ja, ich brauche glaube ich auch einen goldenen Apfel. Einen goldenen Apfel. So, hallo Creeper. Hallo Creeper. Ach ja. Ach jawohl, er ist in einen Creeper weggesprengt hier. Das ist gut. Zeit ist gleich wieder um, Leute. Komm. Skelett. Puh. Wo ist das Skelett? Nein, bring doch den Creeper um, Skelett. Bring nicht mich um. Braucht den Sekunden haben wir noch? Ja, scheiße. Wenn ich jetzt gleich aufhör, dann sterbe ich hier beim nächsten Mal. Ja, klar war. Yay. Oh nein, okay. Wir müssen die Aufnahme beenden. Ja, 5 Sekunden noch. Ja, egal. Ich muss schon vorher rausgehen. Dann beenden wir hier die Aufnahme und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.